Mein mal liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu deiner Arbeiterin Folge Player on Battleground mit mir, Playgestatt und Atze! Jetzt habe ich mich schon. Wir sind hier zu zweit unterwegs. Kann doch besser werden. Das ist eine gute Frage. Wer ist damit? Wir könnten es probieren, da werden wir wahrscheinlich einige aussteigen, aber lass mal raus. Und fliegen wir genau? In die Stadt. Wir können nicht versuchen, über die Stadt rüber zu fliegen, zu den großen Häuser da hinten. Die Puzzle-Häuser. Da vorne hat es ja auch Puzzle-Häuser. Das ist ja voll der Ort von dem. Rechts von uns ist was. Ja, da wird bestimmt die Hölle los sein da drin. Ah, wohin sollen sie uns entscheiden? Ähm... Waren heute hier vorne? Ne, da, lass weiter fliegen. Da gehen die anderen hin. Okay. Links von uns ist clean, ne? Nur die eine Gruppe, die da bei uns ist. Ja, ich fliege ein bisschen weiter, ich komme zu dir. Ja. Versuch mal zu den Puzzle-Häusern oben hin zu laufen, oder? Ja. Hinten runter. Ich renne. Wir rennen. Ich renne. Rauskalt. Am Rennen bin ich heute. Zap, zap, zap. Ey, guck mal, wir sind nicht die ersten, die tot sind. Geil. Holen wir uns die ersten Puzzle-Häuser und danach die Gegner. Würde ich auch sagen. Ach, verdammt nochmal. Können wir uns zurücklehnen. Player unknown. Wann bringt ihr eigentlich diese Kletter-Animationen rein? Das ist für den Arsch, wenn du das nicht machen kannst. Da kommt sogar ich rüber und ich bin jetzt wirklich nicht der Sportlichste, ne? Das kann ich bestätigen. Hey, 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 Freundchen Obach, ne? Dünnes Eis. Jawoll, erstes Zimmer AKM gefunden. Hört sich doch nach dem Klassiker an. Ich dachte, das wäre eine Schutzweste, hat sich herausgestellt, war nur eine Hose. Kannst du auch anziehen? Habe ich schon, danke. Schutzweste, oder? Ne, eine Hose. Ich habe zwei Rotpunkte-Visieren, fand ich super. Ach, ich habe schon wieder das Gefühl, dass meine Maus sich irgendwie verlangsamt hat. Hm, ein Zweierhelm. Ja, ein Handtuch, super. Ein Handtuch? Schlagg hat eins am Boden. Achso. Oh, ein Rucksack. Das ist gut. Einen Zweiersuch habe ich auch noch mitgenommen. Gab es hier gerade im Angebot, ganz nett eigentlich. Oh, was haben wir hier? Ja. Na, eine AKM, die nehme ich jetzt noch mit, ohne zu meckern. Ohne meckern nimmst du dir mit? So kann ich die nicht. Das ist nicht der Atze, mit dem ich sonst immer spiele. Wollt ihr den richtigen holen? Ja, bitte. Ballistik-Maske, Dreierhelm, äh, Dreier-Rucksack, entschuldigung. Ach, ein schönes Visier, ey. Also ich habe jetzt drei Rot-Punkt-Visiere. Das ist gut. Das heißt, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich auch mit dir teilen würde. Das ist sehr nett von dir. Hier ist noch ein Zweierhelm bei mir. Gut. Wenn du den wirst. Ein Vierersucher. Das ist schön. Oh, das ist, äh, was zum Mitnehmen. Den nehme ich doch klar mit. Und ein Holo habe ich noch. Holo? Ist das ein besserer Holo oder Rot-Punkt? Das bleibt, wie immer, dir überlassen. Machete. Ta-ta-ta-ta. So, ich bin hier oben durch. Ab gehts ins nächste Häuschen. Also ich habe eine AK und eine M16-A4. Was ist gut an? Ich brauche nur eine Zweitwaffe. So, hier habe ich. Hier, ey. Ich wollte gerade sagen, weißt du, wo die Zone ist? Dann ist mir wieder eingefallen nachher. Warte mal, das wusste ich doch. Boah, ein Dreier-Rucksack, ey. Wie jetzt auch so ein Dreier-Rucksack hat? Das ist doch voll unfair. Cool, gell? Dann ist ja meiner gar nichts Besonderes. Ne? Das finde ich jetzt nicht schön. Nur Durchschnitt. Das hat er nicht gesagt, oder? Aber es ist nicht gesagt, dass ich Durchschnitt bin. Doch. Trifft ich das? Boah. Schon ein bisschen. Ich habe eher so gedacht, ich wäre gehoben da durchstellt. Na. Oh, ein M4-16. Das nehme ich doch mit. Cool. Dann lass ich doch glatt mal das M16-A4 einfach leaken. Boah, ist doch nicht so wetter. Ja, ne. Also manchmal finde ich, muss man das auch sein, ne. Spontanität. Da bin ich voll für zu haben. Wenn du mir noch Vorlauf gibst. Fangen wir kurz zu dir. Bist du noch da bei der Waffe? Mh, jein. Selbes Haus, anderes Zimmer. Irgendwo unter mir. Also EG oder OG? Ähm, wenn du jetzt hochläufst. Nein, jetzt EG dann in dem Fall. Wenn du jetzt runter gehst, rechts und dann nochmal rechts direkt, glaube ich. Müsst's sein, immer auf dem Klo. Oh. Oh ja, sehr gut. Zwar keine Muni dafür da, aber immerhin. Ja, wollte ich grad sagen, aber. Ah, liegt sogar ein 1 dahem rum. Gell? Ich habe dir vorhin sogar mal gesagt, dass es noch ein 2 irgendwo rumliegt. Aber da wollte es ja nicht, ne? Ne. War ja nicht so deins, ne? Da ist der Mann wieder eigen. Mein Ding. Mag ich nicht so. Hab ich gemerkt. Dem hast du hier drüber schon noch nicht, oder? Äh, doch. Vielleicht ein anderes. Brauchst du ne Schrotze? Ne. Gut. Dann kriegst du auch keine. Das macht mich jetzt traurig. Hab ich mir gedacht. Ist mir egal. Kalt. Ja, das bin ich eiskalt. Aber ein cooles Visier bräuchte ich noch. Also wenn ich jetzt nochmal vierfach so finde oder so, dann sage ich einfach nichts und lassen liegen. Hehehe, so kennt man ihn. Warst du im hintersten schon? Ne, oder? Ja, oder? In dem letzten Puzzle-Haus hier. Ja, ich glaube ich hatte. Warst du schon drin? Nein, du bist doch ins andere Gerand. Warst du hier schon drin, wo er jetzt drin wieder ist? Ne, dem nicht. Ja, so. Technisch ist für mich nicht so toll. Bitte? Verbandstechnisch sieht es für mich nicht so toll aus. Oh, aber 5, 6 Harmoni. Das tut mir lecker. Und ist gar. Brauchen wir nicht mal. Hier ist ne K. Also ne geiles. Ich hab noch ne M416 dann für dich. Gut. 6 Harmoni. Weil die K nehm ich mit in dem Fall. Das heißt ich brauch nur noch 7,6 Harmoni. Die Noise. Was hab ich jetzt gemacht? Willst du die M416 nehmen oder nicht? Ich hab. Ne M416. M16 A4. Passt aber auch. Bei mir ist noch ein 2er Helm. Ja. Guck mal, ist das Haus mir hier noch so. Oh, nochmal der AK. Kann ich mal die Muni mit, oder? Nein, nimm's mit. Kann ich dir gerne. Kann man uns teilen jedenfalls. Weil ich brauch vielleicht noch ein bisschen was. Was? Haben. Ich hab. Da hab ich 180 Schuss. Ja, da kannst du mir noch was geben. Ich hab mir nur noch 75. Und ich hab ausschließlich die Muni. Also ich kann dir 516, da kann ich dir jede Menge droppen. Halt nicht von der anderen. Ist halt ein bisschen ärgerlich, ne? Aber so ist es halt. Leben ist manchmal hart. Hab ich gehört. Hm, ja. Aber ich glaub, das ist ja nicht gut. Hier ist noch eine 2er, wärst du bei mir. Weißt du denn? Oh, ja. Was hab ich circa? Ne, ich hab schnell 2er. Oh, hier ist noch ne. 2er Helm. Das hätt ich gern. Dann hol ihn dir. So, ich bin hier durch. Wo ist der Helm ganz oben, oder was? Ja. Na ja klar. Was hast du gedacht? Ganz oben. Wo? Rechts, links? Äh, links. Wo stand 2er Helm? Äh, wenn du doppelt rechts gehst, glaub ich, muss das sein. Links oder rechts? Gerade immer hab ich gesagt links. Äh, wenn du von oben, von unten hoch kommst, links. Wenn du von unten nicht hoch, äh, wenn du von oben runter kommst, rechts. müsste das gewesen sein. Also links und dann doppelt rechts. Hier. Hier. Direkt bei mir. Komm her. Warte mal, ich dropp dir noch Muni. Warte mal, ich dropp dir noch Muni. Und krieg schon ein bisschen ab. Ja. Ich geh mal. Würde sagen. Wollen wir die Häuschen hier hinten noch kurz angucken? Ah, ne, können wir nicht, äh, Zone kommt. Dann lassen wir das in dem Fall auch. Jedes Bühnchen ein Zöhnchen, oder wie war das? So, mein Sniper hat jetzt auch einen Vierversuch im Übrigen, dass du so weit weißt. Wollen wir was drin? Ne. So, was sagt denn nix, Zone? Naja, du triffst dich ganz gut. Wollen wir? Ja. Wie sieht's Medi-Technisch bei dir aus? Sekunde, kann ich gleich sagen. Drei Hilfe-Koffer, 15 Verbände, 1 Schmerz, 1 Drink. Das war eigentlich auch ganz okay. Drei Erste-Hilfe-Koffer, 1 Schmerz, 4 Drinks und 40 Verbände. Passt da. Oh, top. Naja, wir sind ganz gut ausgerüstet, erstaunlich weise, ne? Auch nur so'n, äh, Westerverkleidung. Krankenschwesterverkleidung. Du meinst, dann greift uns keiner mehr an? Hey, das ist ne geile Idee. Oh, guck dir die geilen Bräute an. Haha, dann gehst du ins andere Stand. Ja. Rechts hat geschossen. Mhm, in der Stadt, ja. Die Frage ist nur, wo in der Stadt, ne? Das mein Kind? Hier ist noch 5-6 Harmonie, wenn du brauchst. Boah, dann müsste es eigentlich genug haben, oder? Schluck auf. Also Schluck auf. Wollen wir wirklich hier rein? Eigentlich nicht, wir haben klug geküppelt. Lass uns mal schön. Das kommt auch ein bisschen hier wegkommen, ne? Sonst steht ein Auto, gell? Ja, wir sind so gut in der Zone eigentlich. Oder wollen wir runterfahren? Oha, ist schon ein Stück, ja? Na komm, wir fahren runter. Willst du fahren? Jo. Markier's mal. Mhm. Gut. Ich hab schon markiert, quasi die Richtung. Was ist, gelb oder blau? Gelb. Das Blaue ist deins. Solltest du mal langsam ändern. Fahr vielleicht. Ja, ich mach mal so, wo du brauchst, oder nicht? Ich hab mal was markiert, da kommen wir Richtung Power Plant. Okay. Wir sind von Norden, hast du gut durchgefahren, ne? Gute Frage. Ich hab ein bisschen außerhalb markiert, dann notfalls können wir noch den Berg weiter hochlaufen. Okay. Da sind wir nicht weit weg. Geil. Auf die Bücher hältst du immer noch drauf, ne? Und hoffen, dass da einer drin ist. Irgendwann, irgendwann. So. Na, haben wir das schon bald. Ne, wir sind ja quasi da. Da ist mal checken hier. Da ist ein Auto. Aber das hat nach außen geguckt. Wie ist das denn zu aus? Willst du schreien? Nö, wozu? Na, hinten ist offen. Ja. Aber dann können wir eigentlich aussteigen und laufen gleich. Ja, warte. Wir fahren noch über den Hügel. Da in die Pulle rein ist was gut läuft, ne? So, zack. Wie gesagt, ich bin geschnippert ausgerüstet, wir könnten es uns gemütlich machen. Wir haben einen Cent angehen lassen. Wir waren vierfach suchen. Ja, habe ich auch. Ich habe 190 Schuss für die AK, sprich für AK und Schnipper. Das dürfte sich gut ausgehen. Die Frage ist, wo macht die Zone zu? Ich habe mal nur markiert, damit wir die Mitte der Zone haben. Gucken wir auch schon, dass wir hier einen Berg etwas sichern, dass hier niemand da ist. So, wir sind jetzt hier in der Zone, das wäre schon mal gut. Da oben ist dein Häuschen. Na, dann komme ich mit zu dir. Die Tür über dem Turm offen, ja, ne? Ja. Hier müssen wir aufpassen, hier waren schon welche. Die sind wahrscheinlich alle dort auch da unten lang, wo wir... Wie heißt... Wo wir jetzt langgekommen, auch selber langgekommen sind, sprich Fahrzeug etc. pp. Ich möchte halt echt ungern hier in den Rücken gehen. Ich glaube, wir müssen nachher eine Dreirunde spielen. Deine Opelchen hat sich Players Unknown geholt. Da qualmt es gerade da hinten aus dem Haus raus oder direkt hinter dem Haus, siehst du das? Ja. Was denn? Ich bin tot! Von wo? Irgendwo von da hinten. Komm, komm hin an den Baum. Ich glaube, irgendwo von da hinten, oder? Ich meine von da auf dem Berg, links von dir. Scheiße, habe ich mich erschrocken. Ja auch, ja. Da links, ich sehe ihn. Weg hier, oder? Setz dich mal hier hin und tu mich mal heilen. Fick die Hände, du. Wo war der? Welche Richtung? Äh, Westen. Der ist auf Westen da hochgerannt wieder. Oh, schon wieder! Wo? Von der anderen Seite kassiert, keine Ahnung, ey. Wo warst du? Hier drüben, hinterm Haus. Du warst hinterm Haus? Seitlich vom Haus. Okay, also... Vielleicht irgendwo Westen oder Südwesten von mir aus gesehen. Scheiße, wir müssen weg hier. Kommst du hier runter? Lass mich berg runter gehen, ja. Berg runter und außen rum. Den hole ich mir einen. Weil man fast schick macht. Mhm. Vor allem der Schuss ist direkt neben mir eingeschlagen. Das wäre eher so anti-geil. Wenn wir vor ihm drinnen sind, könnten wir ihn abfangen. Das ist natürlich monster-geil. Ja. Weil der auch schon auf dem Weg dahin war. Das heißt, der kann durchaus vor uns sein. Ja, der Schuss kam aber aus dem Westen. Also wir laufen grad Richtung Süden. Das ist das Warmsein, hab ich gehört. Unfassbar. Die Frage ist, war er alleine? Oder... Dass mein Kind... zumehrt. Ich will eigentlich ungern in die Stadt rein, aber... Wir könnten versuchen, nördlich von der Stadt durchzugehen. Mhm. Das Problem ist, er hat jetzt den High Ground. Ja, ja. Wenn er noch hinter uns ist. Mhm. Er wird aber verschieben. Er müsste eigentlich... Er müsste... Er müsste nerdlich von uns sein. Ja, genau. Na gut, aus der Position, hier kann er uns fast nicht sehen eigentlich. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht von unten aus der Stadt aus... angegriffen werden. Ja. Ja. War ich nach hinten sicher, ne? Hier irgendwo. Hier sind wir, hä? Kommt bestimmt hier irgendwo jetzt. Wo? Das Haus hier links macht mir keinen Spaß. Oh, fuck. Was? Ich weiß nicht von wo. Links von mir. Oh, auf mich schießt's auch. Ja, das kommt von ganz weit weg. Lass zu dem Haus hochgehen. Ja. Ach, für ein Zickzacke. Ich muss mich heilen. Ja. Ui. 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 Also, irgendwo... Wir müssen zu ihm. Wir sollten uns langsam irgendjemanden erlegen, weil ich hab kein Reparaturzeug mehr. Er hat irgendwas auf mich geschossen? 31 Stück am Leben, ey. Verdammt viele, ne? Gegenteil. Oben, Norden. 345 kommt was. Ja. Drei hundert... Ah, hier. Wir könnten da außen rum gehen noch. Wir könnten jetzt ein bisschen Richtung Norden und damit wir wieder... Auf geht's, komm. Runterlaufen. Wie gesagt, hier oben habe ich was Rennen sehen gerade. Ich hoffe, dass die Stadt typisch und so nicht abschießen können. Da unten läuft er. 2 Stück. Wie viel? 2 Stück, 255. Halt, warte, hier weiter vor uns ist noch mal einer. Siehst du es? Nochmal 2. Hier nur 2. Ah ja. Bei 255 sind es 2. Jetzt hier unten im Tal. Bei 255 und bei Westen waren noch welche bei dem Haus. Okay. Scheiße. Wir müssen hinterher. Die werden sich aber auch umgucken. Naja. Ich hoffe aber sie gucken nicht nach hinten. Wo willst du hin? Das sind die 2, die uns die ganze Zeit angeballert haben. Ich folg dir einfach. Oh, da vorne. Ah, okay, die meinst du. Jetzt verstehe ich es. Da und da vorne sind auch welche. Lass laufen. Wir müssen, wegen der Zone. Lass uns ein bisschen mittig von den 2 Teams bleiben, ja. Ja, das ist meine größte Angst gerade. Die Zone kommt. Das ist je nach Terrain. Wir halten mittendrin hocken. Ich glaube zwischens. Da kommen deutliches paar Bäume. Mhm. Da werden die anderen sein. Ja. Zone hat mich. Da unten rechts laufen sie. Direkt am Zonenrand. Das ist gut. Hast du sie noch im Visier? Die nächste Zone ist richtig scheiße für uns. Wir müssen laufen, weil nochmal so ein Ding, dann bin ich tot. Wo sind die anderen hin? Wo sind die anderen hin? Die Linken habe ich nicht gesehen. Ah, der rechte liegt da. Wo? Liste was im Gras, oder? Bei 285, ja. Wo liegt der was im Gras, oder? Liegt der was im Gras. Soll ich das wegsnipern? Ich sehe nichts. 255 285 bis 300 warum es probieren und da wollen wir drauf scheißen laufen kann wir laufen gucken dass sie von hinten überraschen können bei 195 sind auch welche wir versuchen durch die häuser durchzugehen oder oder war jetzt hier quer gehen wir müssen müssen direkt raufkommen wenn sie die zone holt sie mal sack hier sitze du rechts ich links ja er ist drin im haus vielleicht hat er was zum reparieren werde ich mir jetzt geben müssen hat er noch 76 irgendwie drink oder irgendwas aber nix oder und drink für mich ich habe ich habe selber jetzt gerade eingenommen ich kann könnt ihr noch einen abgeben dann habe ich das war nicht unseres wir müssen zu laufen alle die ich sie fahren schon erfahren schon welche kommt schon ja ich muss den trink einwerfen lauf zu ich kommen hier das terrain für uns nutzen wir mal glück haben bitte sagt mir dass die kante hier noch drinnen ist das gibt es nicht aber weil wir können weiter rechts das problem sind die häuser hier oben aber die scheiß zone wieder alter sagt ja das problem sind die häuser da oben um uns rechts und lang durch die häuser wir können die häuser noch ein bisschen als deckung nehmen zum glück wir können uns eigentlich jetzt hinlegen ja ein tick laufen und dann dann gewisse anschubsen gerne da hinten hinterm stein ja die sollen sich schon bekriegen finde ich gut auto auto fährt da rechts in die hütte die zone lasst die machen da kommen noch mal welche nicht aufhören die wir es netten die reste weg einer ist in dem haus drinnen pass auf wir müssen ja natürlich jetzt können wir in die andere richtung jetzt können oh scheiße ich habe gedacht die am stein wäre entdeckt ich habe ich nicht mehr gesehen ich dachte die händen sind weggeschossen ich gehe mal kurz kotzen ich gehe mal kurz kotzen soll ihr freundlich was das auch wieder für heute ich hoffe trotzdem es hat spaß gemacht war eine action reiche runde diesmal von anfang an irgendwie ein bisschen das gefühl gehabt verfolgt zu werden trotzdem hoffe ich es hat spaß gemacht wenn ja würde ich mich natürlich über den daumen nach oben freuen und wenn ihr neu auf dem kanal seid ein abo wäre ziemlich geil bis zum nächsten mal macht's gut und make the fun be with you ja ja Untertitelung des ZDF, 2020